Herzlich Willkommen bei unserem Vortrag. Mein Name ist Martin Emmetz. Ich bin Key Account Manager bei Abax Informationstechnik. Gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Nguyen möchten wir Ihnen heute unseren Ansatz für Robotic Process Automation in Verbindung mit digitalen Arbeiten näher bringen. Die große digitale Transformation. Bereits in der Antike konnten die Menschen manche Tätigkeiten automatisieren bzw. mechanisch unterstützen. So richtig los ging es dann im 20. Jahrhundert mit Henry Ford, der die Erzeugung seines Model D auf das Fließband verlegte. Der Fokus auf spezialisierte Tätigkeiten führte da zum Erfolg. Jetzt befinden wir uns gerade mitten in der digitalen Transformation. Und wie jeder Quantensprung hat auch die so ihre Eigenheiten. Die Digitalisierung, die Zyklen, in welchen die Arbeitsweise, die Anforderungen und Marktergebenheiten sich ändern, werden immer kürzer. Die Menschen können sich nicht mehr auf eine langjährige Arbeitsweise einstellen oder schlimmer. Sie bleiben so eingestellt, wie sie immer waren. Und die Arbeitsweise hat sich aber schon längst verändert. Somit werden Workarounds geschaffen, Trampelpfade gewählt und der produktive Teil gerät immer mehr aus dem Fokus. Während wir versuchen, durch die Digitalisierung die Arbeiten zu erleichtern, wird oft genau das Gegenteil erreicht. Teilweise durch schlechte Planung oder Übertragung von weiteren Tätigkeiten auf Einzelpersonen, die das gerne übernehmen, wird der Druck und gegebenenfalls auch eine Überlastung erzeugt. Wie man hier auch bei der Studie von Ernst & Young über die Belastung in der Digitalisierung sieht. Wie gut sind wir eigentlich digitalisiert in Österreich? Laut dem jährlichen Deloitte Radar Report sind wir im Punkt der Digitalisierung nicht gut gewappnet, um aktuelle und zukünftige Hürden nehmen zu können. Das heißt, die Digitalisierung ist auch noch nicht überall angekommen, wird vielleicht zu wenig forciert und das bedeutet wiederum, dass wir in Zukunft noch mehr Probleme haben werden, mit der Digitalisierung umzugehen. Das aktuelle Problem unserer Zeit, wobei es ist ja gar nicht in unserer Zeit entstanden, kennen Sie sicher, zusätzlich zu der digitalen Transformation stehen wir vor einem Problem, nämlich dem Fachkräftemangel. Allerdings ist die Lösung durch eigene oder Fremdleistungen immer schwieriger, da es auch in angrenzenden Märkten zum Beispiel keine Möglichkeit mehr gibt, das auszugleichen. Near- und Offshoring funktioniert heute aus gegebenen Anlässen auch nicht mehr und daraus ergeben sich für viele Unternehmen schwierige Situationen. Die Risiken für Unternehmen, das Resultat aus dem Fachkräftemangel sind einerseits die offensichtlichen Risiken für Unternehmen, wenn man den eigentlichen Kernbereich nicht mehr produktiv führen kann, andererseits das Risiko, noch mehr von den vorhandenen Fachkräften zu verlieren, denn die Arbeiten müssen ja erledigt werden und der einfachste Schritt ist immer, das bestehende Personal zu überantworten und damit kommen Sie in eine Abwärtsspirale, die schwer aufzuhalten ist. Wenn dann die eigenen Fachkräfte noch das Unternehmen verlassen, dass sie vielleicht unzufrieden sind oder überarbeitet sind, dann ist ein Ersatz mehr als nur schwierig. Und das ist unser Thema. Warum kündigen MitarbeiterInnen? Zumeist geht es zurück auf Stress, fehlenden Ausgleich, fehlende Wertschätzung und Unternehmenskultur. Relativ selten ist Geld, das Netto am Monatsende der wirkliche Treiber dafür, dass MitarbeiterInnen und Fachkräfte kündigen. Das Gold in ihren Unternehmen, wenn es nun weniger bis keine Fachkräfte am Markt gibt, kann eine der Lösungen die Entlastung der bestehenden MitarbeiterInnen sein. Diese wissen oft sehr gut, was notwendig wäre, um ihr Unternehmen den Bereich, die Lösung, noch erfolgreicher zu machen. Oft sind es auch die Hidden Champions, die sie nicht am ersten Blick erkennen, weil sie einfach nicht nach vorne treten oder nach vorne treten können. Und hier können wir ansetzen, hier glauben wir, die beste Vorgehensweise für sie zu haben. Im digitalen Bereich denken wir mit Robotic Process Automation die passende Lösung für sie zu haben. Denn RPA kann ihre MitarbeiterInnen in jedem Arbeitsschritt unterstützen, solange dieser elektronisch erfolgt. Roboter können Fachkräfte unterstützen in der täglichen Arbeit. Wir müssen sie nicht ersetzen. Und das Beste daran ist, dass ihre MitarbeiterInnen selbst Arbeiten automatisieren können mit unserer Lösung, Vorschläge für Automatisierungen einbringen können und sie dann auch erkennen, wer hier aktiv am Erfolg des Unternehmens mitarbeitet. Während RPA in vielen Bereichen, vor allem bei Banken, Versicherungen, im internationalen Bereich bereits einen hohen Stellenwert hat, wird das Thema in anderen Unternehmen oft stiefmütterlich behandelt. Vor allem die Angst der MitarbeiterInnen, von einem Roboter ersetzt zu werden, ist hier ein großer Showstopper. Wir gehen hier den Weg, ihre MitarbeiterInnen einzubinden, ihnen repetitive Tätigkeiten abzunehmen und sie zu unterstützen, anstatt sie zu ersetzen. Das erreicht man am besten durch die Einbindung des gesamten Unternehmens und mit einem Bottom-up-Ansatz. Und damit kommen wir auch schon bald zum Ende. Mein Kollege Herr Nguyen zeigt Ihnen jetzt unseren Ansatz dazu, wie wir Ihre Fachkräfte entlasten können. Tom? Danke Martin. Danke für die Einführung in das Thema. Unser Ansatz ist natürlich, ein Roboter für jeden Menschen. Was bedeutet das bei uns? Das ist jetzt nicht wie in dem Film iRobot mit Will Smith, wo jetzt die Roboter die Weltherrschaft haben wollen und jetzt Menschen umbringen möchten, sondern eher so wie Ihr kleiner, selbstfahrender Staubsauger, der vielleicht schon in fast jeder Wohnung zu finden ist. Was wir aber wollen ist, dass Ihre Mitarbeiter einfach einen einfachen Zugang haben zu einem mehr oder weniger Roboter, der ihnen einfache Dinge abnehmen kann. Dinge, die Sie täglich machen müssen, Dinge, die Sie eigentlich stören, die Sie eigentlich fad finden. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, dass diese Automatisierungen nicht einfach überall wie Wildwuchs wachsen können, sondern unter einem Governance-Prozess durchgeführt werden müssen. Und wichtig für natürlich jedes Unternehmen ist das Return on Investment und das soll schon direkt am ersten Tag, sobald Sie Automatisierung in Ihrem Unternehmen haben, durchgeführt werden können. Wie funktioniert unser Ansatz? Unser People-Centric-Ansatz ist mehr oder weniger, wir wollen Ihren Mitarbeiter in den Mittelpunkt holen. Wie funktioniert das? Wir beginnen mit einem ganz einfachen Prozess, mit dem jeder in Ihrem Unternehmen umgehen kann, der auch eine Nutzen schafft für jeden in Ihrem Unternehmen. Dann wird dieser Prozess entweder von uns entwickelt und dann Ihren Mitarbeitern, allen Mitarbeitern freigegeben. Gehen wir aus, es ist zum Beispiel ein Start-My-Day-Prozess, wo ich sage, jeden Morgen komme ich in die Firma, mache bestimmte Programme auf, wie zum Beispiel meine Buchhaltung, mein Ticketsystem, mein Internet Explorer mit der Internetseite, damit ich weiß, was es heute Mittag zum Essen gibt. Die einfachsten Dinge einfach zum Öffnen, währenddessen könnte ich mir theoretisch schon einen Kaffee holen gehen, und ich habe mir diese Zeit, wo ich danach nochmal auf Kaffee holen gehen täte, schon erspart und alle meine Programme laufen, wenn ich wieder zurückkomme. Das wäre zum Beispiel so ein Start-My-Day-Prozess, mit dem wir beginnen würden, den komplett ausrollen in Ihrem Unternehmen. Ihre Mitarbeiter kriegen jetzt mehr oder weniger einen Mehrwert, einen nicht lebensveränderten Mehrwert, wo ich sage, ja, ich muss meine Arbeit komplett umstellen, aber es bringt Ihren Kollegen schon etwas. Sie sehen diesen Vorteil jetzt, dass wir versuchen damit mehr oder weniger diese Hemmschwelle zu überwinden, dass das RPA, also Robotik, Process Automation, mehr oder weniger Arbeitsplätze gefährden, was es eben nicht tut, sondern eigentlich wirklich Ihnen bei der täglichen Arbeit helfen soll. Sobald die Kollegen eben ein bisschen sich mehr mit dem Tool auseinandergesetzt haben, würden wir dann Ihnen ein zusätzliches Tool in die Hand geben, womit einfach die Kollegen selbstständig einfache Automatisierungen durchführen können. Das heißt, Sie haben jetzt Ideen, Sie wissen jetzt ungefähr, was dieser Roboter machen kann, Sie wissen jetzt, wie er Ihnen in Ihrem Alltag helfen kann. Da können Sie jetzt die Ideen entweder direkt zu einem Developer bringen, der diesen Prozess durchführt oder eben über dieses kleine Tool selbstständig beginnen, einfache Lösungen durchzuführen. Sobald diese Lösungen über einen bestimmten Covenant-Prozess durchgegangen ist, kann man diese Prozesse auch direkt allen Usern zur Verfügung stellen oder einen Teil dieser User. Das kann man jetzt alles orchestrieren und in verschiedenen Gruppen freigeben. Damit hebt es eigentlich auch diese Akzeptanz im Unternehmen, also in Ihrem Unternehmen. Die Kollegen fühlen sich wertgeschätzt, sie haben jetzt etwas Neues gemacht, etwas, was jetzt auch viele andere Mitarbeiter nutzen können und das bringt einiges. Und dann natürlich die Verteilung und das Governance, das muss natürlich auch durchgeführt werden. Aber Optimierungen sind ebenfalls ein großes Thema. Man soll nicht immer nur einfache Prozesse, es gibt auch kompliziertere Prozesse, schwerwiegendere Prozesse, die können auch abgewickelt werden, aber da braucht man eben diese Akzeptanz als erstes, diese Sicherheit, dieses Vertrauen in das Tool und dann kann man eigentlich auch die wirklich schwierigeren Prozesse abbilden. Was wäre für so ein RPA-Prozess ein Kriterium? Einerseits muss es iterativ sein. Es heißt, dieser Prozess kann nicht nur einmal stattfinden in dieser Form, sondern er soll sich wiederholen. Das heißt einmal in der Woche, jeden Tag oder einmal im Monat. Er soll rule-based sein. Ganz einfach bestimmte Regeln folgen. Am besten ist das, wenn man das sich im Sprachgebrauch nützlich macht mit, wenn das passiert, dann soll er das tun, wenn das, dann das und so weiter. Wenn Sie das in einem Prozess finden, dann können Sie den eigentlich in einen RPA-Prozess umwandeln. Wichtig ist auch, dass er digital ist. Das heißt nicht analog, dass Sie jetzt einen Brief kriegen, den Sie, okay, Briefe kann man auch natürlich digital machen, aber Briefe in dem Sinne sind nicht digital, sondern analog. Das heißt, sobald Sie ihn scannen, können Sie ihn dennoch dann verwenden, aber prinzipiell die Daten, die reinkommen, müssen digital sein. Ein anderes Thema ist das Volumen. Wie oft, also wie viele Datensätze muss ich da verarbeiten? Gehen wir mal davon aus, von einem Bestellprozess, der einmal vielleicht in der Woche abgewickelt wird, den können, wenn das Volumen jetzt relativ hoch ist, also wenn Sie jetzt 5000 Bestellungen durchführen würden in der Woche und das an einem einzigen Tag, dann wäre das wieder ein sehr guter Prozess für RPA. Und er muss standardisiert sein. Er soll schon so weit gediegen sein, dass nicht mehr viele Änderungen daran stattfinden. Das heißt, die meisten Entscheidungen sind getroffen, der Prozess ist sehr stabil, er funktioniert, es gibt weniger Fehler. Also es soll ein sehr gediegener Prozess sein, den wir hier dann abbilden würden. Welche Fragen sollen Sie sich stellen, wenn Sie RPA, einen jungen Prozess, den Sie jetzt andenken, am besten sich selbst stellen? Am einfachsten beginnen wir mal. Ist dieser Ablauf überhaupt sinnvoll zum Abbilden? Kostet er mich viel Zeit? Was erspare ich mir an Zeit, wenn ich diesen Prozess abbilden kann? Nächste Frage ist, läuft dieser Prozess immer gleich ab? Heißt das jetzt, ich muss mich jetzt jeden Tag komplett neu einstellen oder ist es jeden Tag immer dasselbe? Dann kann es natürlich ein Roboter genauso wie Sie durchführen. Und wenn dieser Prozess durchgeführt wurde, gibt es andere Prozesse, die dann danach nochmal ablaufen müssten. Also gibt es da einen Mehrwert, dass ich diesen Prozess einfach vorher abführe und dann nochmal einen zusätzlichen Prozess anstoße? Oder es sind viele Entscheidungen in diesem Prozess, die ein Mensch treffen muss. Wie oft läuft irgendetwas bei diesem Prozess schief? Kostet es mich Zeit, wenn dieser Prozess schief läuft? Also diese Fehlerrate, wenn er jetzt immer wieder gleichmäßig abläuft, dann ist ein Roboter akkurater als ein Mensch, weil ein Mensch wird abgelenkt. Es kann ja sein, dass ein Telefonanruf kommt, eine wichtige E-Mail, weil ein Kollege spricht sie an während diesem Prozess. Beim Roboter wird das nicht passieren. Was gibt es für RPA-Typen? Es gibt drei verschiedene RPA-Typen. Einmal den Attendant-Roboter. Das ist der, der mit Ihnen an einem Problem arbeitet. Er Sie durch ein bestimmtes Thema, durch einen Prozess durchführt, der Sie fragt, was Sie machen möchten. Dann gibt es einen Attendant-Roboter, der einfach seine Arbeit durchführt, ohne ein Zutun von Ihnen. Oder es gibt eben diese hybriden Ansätze, die Artificial Intelligence verwenden, wo der Roboter einfach mit Ihnen mithört. Sie gleichzeitig mehr oder weniger dieses Gespräch, wenn Sie jetzt bei einem Kollegen telefonieren, der mithört, was Sie jetzt in nächster Zeit brauchen, wenn Sie jetzt sagen, der Kunde war so und so, dass er Ihnen sofort die richtige Applikation öffnet. So einen Prozess haben wir jetzt abgebildet. Haben wir jetzt abgebildet. Und den werden wir uns jetzt genauer anschauen. In diesem Prozess geht es darum, verschiedene Applikationen zu öffnen. und wir sehen jetzt hier dann, wie wir jetzt den Roboter anstarten. Jeder von ihren Mitarbeitern bekommt so einen Assistenten, den er anstarten kann. Unser Prozess ist jetzt, wir haben jetzt ein Telefonat mit einem Kunden und wir wollen von diesem Kunden einen Grundumblick haben mit diesem Kunden. Also wir wollen wissen, was für Tickets hat er offen, wie ist seine Auftragslage, das geben wir jetzt einmal rein. Wir geben nur den Namen des Kunden ein und der Roboter macht uns jetzt schon die richtigen Applikationen auf mit natürlich der Suche nach dem richtigen Kunden sofort. Und dann, sobald Sie jetzt mit Ihrem Kunden vielleicht ein bisschen Smalltalk erhalten haben, sind die Applikationen alle offen. Sie sehen dann mehr oder weniger Ihre Applikation, also die wichtigsten Daten vom Kunden, wie zum Beispiel seine Aufträge, seine Tickets, was ist jetzt zu machen, wo stehen wir bei bestimmten Projekten. Sie können hier wirklich von Legacy-Systemen bis hin zu Web-Applikationen alles öffnen. Das wäre zum Beispiel ein typischer Prozess, wo Sie Attendant sind. Das heißt, Sie würden hier den Kundennamen vorgeben und der Computer würde die Applikationen öffnen. Als nächstes sehen wir einen typischen Attendant-Prozess. Um was geht es in diesem Prozess? Es geht um, es werden bestimmte Dateien geliefert, die werden auf einem bestimmten Laufwerk abgelegt und diese Dateien müssen mehr oder weniger zusammengefügt werden. Das wird jetzt in einem, das ist zum Beispiel jetzt schon, sehen Sie, das Input-File. Dieses Input-File muss mehr oder weniger in eine XML-Datei umgewandelt werden und diese XML-Datei soll am Ende des Tages folgendermaßen aussehen. Genau, also eine bestimmte Form haben, die Daten sollten innen drin sein, man soll sich nichts mehr darum kümmern, dass das jeden Tag kommt und es soll einfach automatisch gehen. Hier sehen Sie ein Workflow, das mit verschiedenen Knoten durchführt. Die Knoten sind jetzt alle auf gelb, das heißt, die sind durchgeführt. Und am Ende soll er diese XML-Datei in einem bestimmten Ordner ablegen, nämlich in diesem Output-Ordner. Den sehen Sie jetzt hier, dass der leer ist. Jetzt führen wir am besten den Workflow einmal kurz aus. Im Prinzip tun wir das jetzt derzeit manuell, weil wir ja schon die Files dort abgelegt haben. Normalerweise würden die Files automatisch, also würde der Workflow automatisch loslaufen, sobald man diese Dateien hingelegt hat. Und so würde dann das Endprodukt aussehen. Damit erspart man sich relativ viel Zeit. Man muss jetzt nicht im Excel herumkopieren, muss nicht zusätzliche Makros im Excel schreiben, die nicht jedem zugänglich sind. und man hat mehr oder weniger einen unintended Roboter, der das auch natürlich durch dieses Kopieren hin und her sehr fehleranfällig sein kann. Was bedeutet Erfolg oder Misserfolg bei einer RBA-Einführung? Was würden wir unter Erfolg verstehen? Was würden wir verstehen unter einem Misserfolg? Sobald sie die Menschen wirklich einbeziehen und die Menschen akzeptieren einen Roboter als ein Tool, das ihm in ihrem Alltag hilft, dann haben sie eigentlich ihr Ziel erreicht. Weil sobald man diesen Assistenten tagtäglich benutzt und er nicht mehr auffällt, dass das ein Roboter ist, haben sie es geschafft. Der Mensch sieht den Roboter mehr oder weniger als Hilfe, um Zeit sich zu ersparen. Die Berührungsängste sind weg und ihre Arbeit, die sie eigentlich jetzt mehr oder weniger konzentriert durchführen können, wird wichtiger. Anstatt dass sie jetzt Dinge tun, die ihr Roboter übernehmen würde, also Dinge, die iterativ sind, die eigentlich stupide sind. Und natürlich sollten sie jeweils für den richtigen Fall die richtigen Tools verwenden. Also der Anbieter am RPA-Markt sollten sie natürlich evaluieren und natürlich die Prozessautomatisierungen durchführen, mit denen die richtigen Anbieter auszuwählen. Genau. Als Misserfolg ist natürlich genau das Gegenteil gesehen, sobald die Aversion gegen diesen Roboter geht. Das passiert meistens, wenn in der Einführungsphase schon Probleme entstehen, wenn der Roboter nicht akkurat läuft, wenn durch diese Verwendung vom Roboter Fehler entstehen, dann vertrauen die User diesem Roboter nicht mehr. Das heißt, bevor sie irgendeinen Prozess ausrollen wollen, ist es wichtig zu testen. Und das öfters zu testen. Nicht nur einmal, es läuft einmal. Es muss öfters getestet werden. Am besten mit einem Vier-Augen-Prinzip getestet werden, dass ja keine Fehler hier vorkommen. Wie machen wir das? Wir wollen ja nicht Einzelkämpfer haben, wie es öfters in vielen verschiedenen Firmen ist. Es wird ein RPA-Tool angeschafft. Dieses RPA-Tool wird in der IT gehalten. Es gibt wahrscheinlich einen Kollegen, der sich mit diesem RPA-Tool super auskennt, sich seine Prozesse, alle seine Prozesse des täglichen Bedarfs einfach automatisiert, damit einfach viel Zeit sich erarbeitet, aber es nicht rausträgt ins Unternehmen. Dann sind sie so wie ein Tilefighter, der durch das Weltall fliegt, ohne irgendeine Basis. Was wir lieber haben wollen, ist so ein Sternenzerstörer, einfach der einfach in einem Team zusammenarbeitet, das ganze Unternehmen mitnimmt und einen Mehrwert für dieses Unternehmen bringt. Aber um einen Sternenzerstörer fliegen zu können, braucht man ein Team. Und dieses Center of Excellence hat verschiedene Rollen, die wir hier jetzt alle mal sehen. Es heißt jetzt nicht, sie brauchen jede Rolle oder jede Rolle ist eine einzelne Person. Es sind einfach Rollen, die zu besetzen sind. Einerseits ist es der Sponsor. Das ist der, der strategisch wichtig ist. Der sagt, RPA ist ein Ziel in unserem Unternehmen. RPA soll umgesetzt werden. Dann gibt es die RPA Champions, die das raustragen in ihren Unternehmen. Das heißt, die Kommunikation darstellen, die das RPA-Vorhaben bekannt machen, vorantreiben und natürlich dafür zuständig sein. Dann haben wir den Change Manager, der ist unerlässlich, um eine Einführung im RPA-Bereich zu machen. Er ist derjenige, der den Wechsel, die Kommunikationsplan erstellt. Und er ist natürlich pro Projekt auch ergebnisorientiert. Das heißt, er ist der Katalysator in ihrem Unternehmen, der diese Übergangsprozesse dann durchführen lässt. Das heißt, er muss wirklich die Kommunikation, den Change wirklich durchbringen können bei ihren Kollegen. Der RPA Business Analyst ist der, der sich ihre Prozesse dann genauer anschaut. Diese Prozesse, die Prozessdefinition durchführt, sagt, wie dieser Prozess wirklich aufgebaut ist. Ist es ein RPA-Prozess überhaupt? Genau. Und einen Prozessplan dafür aufstellt. Dann haben wir den Solution Architekt. Der Solution Architekt macht mehr oder weniger den Plan, wie wollen wir RPA bei Ihnen einführen? Welche Tools verwenden wir? Wie soll die ganze Struktur aussehen? Welche zusätzlichen Applikationen werden angebunden? Wie soll die ganze Umgebung dann am Ende des Tages aussehen? Der RPA-Developer holt sich dann mehr oder weniger die Prozessdefinitionen, designt den Prozess, macht die Entwicklung und am wichtigsten das Testen, was ich schon gesagt habe, das am besten in einem Team zu machen. Der Infrastructure Engineer, der ist der, der die Infrastruktur wirklich aufzieht, der für die Infrastruktur zuständig ist, der den Server bedient, der den Server am Leben erhält, der die Zugänge, Connections aufrechterhält. Genau. Also den braucht man auf jeden Fall. Und den Supervisor, der natürlich sich um die einzelnen Roboter kümmert. Wer kriegt den Roboter? Welche Roboter sind für welche Gruppen zuständig? Muss ich jetzt noch mal irgendeine Verbesserung an diesem Roboter durchführen lassen? Also den Developer zurückgeben. Das sollte der Supervisor machen. Und natürlich den Support. Eine Ansprechperson für Unternehmen, wenn irgendwelche Probleme bei RPA auftreten. Das heißt, es soll jetzt nicht durch den Helpdesk gehen, der sich nicht mit RPA auskennt, sondern da sollte es wirklich einen einzelnen Ansprechpartner geben, der sich wirklich in diesem Bereich auskennt und der gleich die Probleme beheben kann. Was ist wichtig? RPA Governance. Man soll nicht einen Wildwuchs machen. Es muss eine Governance über RPA drüber gestülpt werden. Das heißt, wir wollen jetzt nicht, so wie auf dem linken Bild, einfach das Durcheinander, die Individualität leben lassen. Jeder macht seine eigenen Prozesse, seine eigenen Automatisierungen und ohne irgendwelche Richtlinien zu befolgen. Wir wollen eher das, was wir auf der rechten Seite haben. Individualisierung, ja. Individualisierung der Prozesse, ja. aber mit einer bestimmten Richtlinie, mit einer bestimmten Ordnung, die auch natürlich mit Compliance, rechtliche Dimensionen auch natürlich beachten muss. Was bringt uns das Ganze, wenn wir jetzt RPA eingeführt haben? Wichtig ist es, es ist eine Zeitersparnis. Eine Zeitersparnis für Ihr Unternehmen, eine Zeitersparnis für Ihre Mitarbeiter. Das heißt, Ihre Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich wirklich auf Ihre Arbeit, Ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren und nicht Dinge zu tun, die einfach ein Roboter machen kann. Wir haben hier jetzt ein, zwei Beispiele, welche Einsparungspotenziale es gibt, herausgesucht. Wenn Sie sich jetzt bei PwC, natürlich PwC ein sehr großes Unternehmen mit 5 Millionen Stunden pro Jahr, die Sie einsparen, nur durch Automatisierung oder Takeda mit 4,6 Millionen. Das sind schon Zahlen, die ein normales Unternehmen nicht erreichen wird. Aber bei 150.000 Stunden, bei Applied Materials oder Spotify mit 445.500 Stunden, rechnen Sie sich das durch, wie viel Manpower jetzt frei werden und die dann richtig genutzt werden können. Ein paar Beispiele von Prozessen, die wir durchführen. Was haben wir denn da alles gemacht? Wir haben in der IT einige Prozesse natürlich automatisiert. Einerseits die Useranlage, Kollegen geben nur noch ein Username, also Name. Der Username wird selbstständig ausgerechnet und klickt an, zu welchen Applikationen dieser User dann Zugriff haben soll. Wenn es noch einmal zusätzliche Berechtigungen gibt, würde das natürlich der Roboter abfragen. Man kann Firmeninfos aus dem Internet holen, automatisch und in CRM anreichern lassen, wenn man das möchte. Wir machen für die Finance mehrere Datenbanken auf, die einfach einen Überblick über einen Lieferanten geben sollen. Da holt er sich einfach aus den verschiedenen Tools die Informationen der Lieferanten und gibt sie mehr oder weniger in Excel und macht daraus ein Report, den sie jetzt mehr oder weniger mit zum Lieferanten gehen können, nehmen können und mit dem Lieferanten über Preise vielleicht diskutieren können. Hardware-Bestellungen für Users über Teams zum Beispiel. Das heißt, ein Kollege von Ihnen schreibt in Teams an, in Support, ich brauche unbedingt jetzt ein neues Handy. und es ist hinterlegt, der User hat das Recht auf so ein Handy, hat mehr oder weniger ein altes Handy gehabt mit zwei Jahren Betriebsdauer. Ja, würde er durchrechnen, hat ein Anrecht auf ein Handy, würde das natürlich vom Vorgesetzten noch absegnen lassen. Das würde aber der Roboter direkt den Vorgesetzten anschreiben und fragen, ist das okay? Sobald das okay kommt, würde er automatisch das Handy bestellen. Oder wenn Sie jetzt eine Marktanalyse machen müssen mit Marktpreisen, wo Sie auf verschiedenen Seiten hin und her switchen, bis Sie endlich alle Preise haben, das könnten Sie eigentlich automatisieren und die Daten automatisch holen lassen. Dann haben Sie eine Preisliste in einem Excel und können damit durchrechnen. Was möchten wir Ihnen heute Abend noch mitgeben? Und jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Was ist der Vorteil? Wir wollen Fachkräfte unterstützen. Wir wollen Sie nicht ersetzen. Also das heißt, wirklich diese Mitarbeiter wertschätzen. Was wollen wir noch? Natürlich das hohe Potenzial in Ihrem Unternehmen ausschöpfen, die das Personal als Ihr Gold, wie der Kollege gesagt hat, wirklich wahrnehmen. Und natürlich die Zeiteinsparungen, die Sie jetzt mehr oder weniger dann haben, sobald Sie RPA einführen. Und heute gehen wir Ihnen noch einmal als Konferenzangebot unsere Prozessautomatisierung einmal durchführen zu lassen. Die ersten zehn Teilnehmer können sich hier von uns beraten lassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auf uns zukommen. Wir sind natürlich auf der Konferenz auch live dabei. Wenn Sie Ihre Fragen haben, können Sie gerne zu meinem Kollegen, Herrn Martin Nemetz, oder zu mir direkt kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.